Hallo liebe Freunde der Indianer Pferde Erlebenswelt. Wir stehen wieder in den Startlöchern und öffnen unsere Tore vom 10. Mai bis Ende September. Wir möchten euch einladen mit uns in eine Welt der nordamerikanischen Ureinwohner einzutauchen und alles über deren Bräuche, deren Leben und Kultur und die legendären Maminkriegs- und Pülfelpferde zu erfahren. Neben über 300 Exponaten und Führungen bieten wir ein abwechslungsreiches Programm. Mehr dazu findet ihr auf unserer Homepage und unseren Social Media Channels. Als ganz besonderes Highlight habe ich die große Freude euch Benjamin vorzustellen, der euch in den kommenden Monaten in spannenden Workshops die Kultur und Bräuche näher bringen wird. Hallo Kula, grüß dich Herren von Ferde, Indiens und Cowboy Fans. Ich heiße Benjamin und ich komme aus den USA und ich möchte alle Kinder und Familie einladen zu unserem Ranch zu kommen. Wir haben für Groß und Klein ein tolles Programm mit Workshops, zum Beispiel indianischen Spiel für Kinder, Tanzcompetition und viele mehr. Please come to visit us. . Untertitelung des ZDF, 2020